Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Forscherin, im Osten Ausbreitung von Westnil-Virus. Ein Sohn und eine juckende Quadel an der Haut signalieren, die Stechmücke ist wieder aktiv. Exotische Arten können Viren übertragen. Eine Mückenexpertin ruft die Bevölkerung auf, die Wissenschaft bei der Erforschung der Gefahren zu unterstützen. Ein Sohn, ein kleiner Pix und dann oft tagelanges Jucken, mit frühlingshaftem Wetter sind auch die Mücken wieder unterwegs. Meist ist das nur lästig, in seltenen Fällen können Mückenstiche auch krank machen, seit einigen Jahren ist bekannt, dass heimische Stechmücken den Erreger des Westnil-Fiebers übertragen können. Der Osten ist nebenbei ein Harzbad für die Verbreitung. Warum, wissen wir noch nicht, sagte Dorin Werner, Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, ZALF, in Müncheberg, Märkisch oder Land, der Deutschen Presseagentur. Betroffen seien Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg. Ursprünglich kommt das Westnil-Virus vor allem in wärmeren Regionen der Erde vor. Wissenschaftler des Friedrich-Lofler-Instituts, FLI, hatten allerdings heimische Hausmücken bereits als Überträger des Erregers identifiziert. Das Virus kann in Stechmücken überwintern. Je wärmer es dann wird, umso besser können sich die Krankheitserreger weiterentwickeln, erläutert Werner. Meistens wird eine Infektion nach Angaben des Robert-Koch-Instituts, RKI, gar nicht bemerkt. Einige Infizierte litten an grippeähnlichen Symptomen. Schwere Verläufe des Westnil-Fiebers sind demnach selten, können aber tödlich enden. In Deutschland werden Fälle bei Menschen nach RKI-Angaben seit 2019 registriert. Es sei damit zu rechnen, dass sich der Erreger in Deutschland weiter etabliert. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.